Hallo, 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 hallo. Heute ist die Rocket League. Willkommen dazu. Ich bin der Lars. Ich begrüße euch auf dem Weg nach Gold. Immer noch. Ich bin jetzt auf 497 wieder am Start. Ist ja okay. Wir brauchen nur 600 oder sowas. Sollten wir es schaffen. Hab gerade mich gerade ein bisschen warm gespielt. Oh, suche ich gar nicht? Jetzt suchen. Ich hab mich gerade ein bisschen warm gespielt. Sollte jetzt alles passen und ich hoffe doch mal, wir reißen was. Ich hab den Zauberhut auf, damit wir ein bisschen rumzaubern hier. Und ja, so zwei, drei Games hab ich gerade gemacht. Bin also ein bisschen warm. Passt. Finger etwas kalt. Scheißegal. Das sollte reichen. Garage. Was hab ich denn da Neues? Wir bringen was Neues in der Garage. Was hab ich denn da neu? Eine neue Lackierung. Hab ich die noch gar nicht angeschaut? Alles klar. Ich brauch keine hier. Und ein Hütchen. Hab ich auch einen neuen Hut? Was hab ich denn für einen neuen Hut bekommen? Äh, weiß ich nicht. Scheißegal. Ich komm am Start mit dem Zauberhut, denn ich bin der Zauberer. Ich hab den Baumkuchen am Start. Ist Baumkuchen bei mir? Schade. Ich dachte, der Baumkuchen wäre bei mir. So, dann legen wir mal los, Leute. Rocket League 2 on 2. Rangnäste hier. 1-0. Fuck. War ein guter Try. War ein guter Try. Ja, ich hab ihn nicht... Ich war zu weit unten. Ja, der ist ein guter Pass, aber den kriegt er. Den kriegt er auch. Fuck. Ich glaub, den hält er auch. Nein, hält er nicht. Shit. Ich hab den Boost verpasst. Fuck. Noch ein leichter Kälte. Entschuldigung. Ich dachte, er kriegt den Pass. Ah, fuck. Hat er den bekommen und dann hatte ich den Boost noch verpasst. Ich kam halt nicht hin. Das war doof von mir. Egal. Passt. Unter Druck spiel ich immer besser. Unter Druck hab ich's drauf. Passt auf, Leute. Unter Druck mach ich's. So, den nicht, mein Freund. Den kriegst du nicht rübergedrückt. Das lass ich dir nicht. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwer hab ich berührt. Oh oh. Oh gut, der schießt daneben. Sehr gut. Ich wurde doch grad von irgendjemandem berührt. Kannst du dir nichts erzählen. So, den mal kurz ausspielen. Er hat mich noch erwischt. Scheißegal. Passt. Jetzt mal ein Baumkuchen da. Er rusht den nach vorne. Ich werd gesprengt. Oh, den hätt ich gemacht, glaub ich. Ja gut. Weiß nicht. Das war halt. Oh Gott. Fuck. Ah. Kein Boost. 64% sollte reichen. Ist in Ordnung. So, kurz gekleert die Scheiße. Er passt hier nochmal rein. Ich spring mal rüber. Uiuiui. Oh. Was passiert hier? Oh nein, ich treff ihn nicht. Fuck. Fuck my life. Oh, wir sind grad richtig unter Druck hier. Alter, kriegen wir grad auf den Deckel. Egal, kann passieren. Ach, ich treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Sonst wär das safe gewesen. Ach Mist. Mist. Das war meiner. Jetzt muss ja wohl wieder was kommen. So langsam muss was kommen hier, Leute. Wir füllen ich die ganze Zeit hier. Oh, oh. 3-0? 3-0? Nein, kein 3-0. Sehr gut. Jetzt haut das Ding mal nach vorne. Ah, wieder so einen luschen Ball. Der nix bringt. Ah. Ah. Ich halte auch mal mitgehen. Ey, körperlich. Voll geil. Fällt mir grad nicht auf. Das merke ich nur, wenn ich die Videos selber mal gucke. Oder ein Subman oder so mache. So. Da war's ne Vorlage. Oh Gott. Schnell weg damit. Der hat halt nicht so drauf schießen. So, den, äh, den nicht, Jungs. Den nicht. Den nicht. Was der? Nein. Hält er eh. So. Ach, fuck, Alter. Ja, er hat ihn. So, den schon gecleared. Ah, jetzt hat er freie Schuss, Schussbahn. Und mein Kollege hält den eh nicht. Oh, gut. Das war wieder ne fucking Vorlage. Oh, er fliegt vorbei. Sehr gut. Jetzt nach vorne damit. Sehr geil. Ey, lass mich erst mal drehen. Oh, der fährt auch dazwischen. So ein Pimmel. So ein verdammter Pimmel. Ah, ich fliege da wirklich da rein. Ah. Schwierig. Oh, nein. Ich fliege vorbei und er komplett auch. Wo ist der Booster? Ach, shit, shit, shit. Heieiei. Ich versuche gerade hier, ich versuche mich gerade hier echt zu konzentrieren, aber... Irgendwie wird das nix. So, abgeblockt. Sehr gut. Noch mal rein damit. Da stehen sie halt beide. Da stehen sie beide. Da steht er wieder. Die blocken halt alles weg. Oh, und da steht er auch noch. Ah, kannst du klicken. Die sind zu stark. Die sind definitiv zu stark. Da kannst du nichts reißen. Die sind zu stark auf der Linie und es kommen keine Bälle rein. Ach, und gerade... Ich hatte einmal, weil die Schocks da wurde, ich gesprengt. Ach, Gottchen, ey. Ah, doof. Ich spiele auch viel offensiver wie sonst. Ich weiß nicht. Defensiv ist für mich so langweilig. Und ich könnte jetzt defensiv stehen und so gut wie... Ich könnte versuchen gehen, Ball abzublocken. Aber der kommt halt wieder nicht aufs Tor, ne? Ich bin gerade so scheiße. Mann, Mann, Mann. Wie soll ich noch ein Ding hier machen? Ah, der kommt wieder scheiße. Mann, Mann, Mann. Dann spielt er hoch. Dann spielt er rein. Dann habe ich tatsächlich sogar. Mein Handy vibriert. Und der ist drin. Yes. Wenigstens ein Ding mal. Zumindest mal einen machen hier. Anschlusstreffer ist okay. Zwei Dinger, 18 Minuten ist, glaube ich, nicht drin. Ne. Das ist zu krass. Das schaffen wir nicht. Daran glaube ich jetzt auch nicht. Normalerweise sollte man nicht dran glauben. Aber gerade wie das Spiel, die Situation ist, glaube ich nicht, dass wir noch zwei Dinger machen. Schon wieder in die Lage. Das ist auch unfassbar, oder? Gerade eben habe ich übrigens vier, drei Spiele gemacht. Alle gewonnen. Alle gewonnen. Fuck. Ich wollte ihn quasi, wollte ihn hochlüpfen, damit er rüberspringt. War auch nicht geil. Nicht getroffen, die geplant den vielleicht. Ah, wieder nicht gut getroffen. Nachschuss. Kommt der aufs Tor? Der ist drin. Oh. Aus dem Winkel kann ich den halt nicht machen. Ja. Fick. Fick. Verfickte Scheiße. War wieder dran. Am Blocken. Ach, Kack. Das war ein Kack. Ohne mich. Ich lupf rüber. Du lümmelt einmal entgegen. 17 Sekunden. Ja, das war's. Oh, da fliegt er hinterher. Aber das ist wieder auch nichts. Der kommt nicht rein. Doch. Nachschuss. Wow. Sehr gut. Guter Schuss. Guter Schuss. Jetzt ein Anschluss-Tor. Jetzt ein Anschluss-Tor. Komm. Wir brauchen ein Anschluss-Tor. Das ist noch was. Anschluss-Tor. Wirklich. Ja. Jetzt. Hau ihn rein. Pass ihn rein. Nein. Ich treffe ihn halt auch nicht. Ja, ist vorbei. Oder? Oh. Egal. Das war auf jeden Fall eine gute Runde. Oh. Minus 8. Egal. Wir machen gleich noch eine Runde. Ich denke mal, diesmal gewinnen wir aber. Ich meine, im dritten Part. Alter, auch ein scheiß Pinger. Was ist denn los mit ihm? Egal. Da waren ein paar Fehler. Ich habe einen auf jeden Fall verschuldet. Ein Ding. Das hat nicht gepasst. Und ja. Hm. Defensiver spielen? Fragezeichen. Warum wir defensiver spielen? Ist halt super langweilig. Und das ist auch fürs Video blöd. Ich spiele offensiv. Ich habe da keinen Bock auf defensiv. Das ist voll langweilig. Ich habe auch viel zu wenig Schüsse aufs Tor gemacht. Das kannst du knicken. Und da musst du mehr. Ei, ei, ei. Aber siehst du ja. Wenn du hinten drin stehst und dann immer auf den Abpraller wartest und dann nach vorne rushst, was ist am Start? Der von den Kickers. Das ist der Kickers. Sehr geil. Der Kickers-Boy. Los. Sag mir, was du kannst. Du bist von den Kickers. Ja. Fuck. Da ist er. Mist. Ich brauche einen Boost. Sehr gut. Oh. Den hast du? Ja. Den hättest du... Ja. Der war nicht ganz so gut von dir. Aber ist okay. Geh nochmal ran. Versuch mal was. Naja. Oh Gott. Den trifft er. Hab schon abgehoben. Geh schon abgehoben. Oh lol. Au. Steht er ist drin. Ei, 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 ei. Das war auch doof von mir. Hätte ich sehen müssen, dass er herankommt. Ich hab dachte, er fliegt komplett durch. Ah. Das war wieder meine Wurzel. Aber diese... Weiß ich nicht. Das sind halt Bälle, die du wieder nicht einschätzen kannst. Wenn du dir... Wenn Team-Mate so einen gerührt. Ich weiß gar nicht, wie ich den... Alles klar. Er geht wieder zu jedem Ball. Das ist so ein Kollege. Ja, er geht zu jedem Ball. Ach man. Hör doch auf mit sowas. Ganz ehrlich. Shit. Shit. Da hab ich's gettried. Ich hab es versucht. Aber es wurde nix. Ja. 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 Oh, ein schöner Pass. Guter Pass. Tatsächlich. Da kommt mal ein Pass an. Der erste Pass. Der jetzt mal ankommt hier. In den beiden. Bzw. Ja gut. Das ist ein anderer Teammate. Aber gerade eben kam nicht sowas. Sowas ist halt immer. Der ist immer drin. Weil auf so einen Ranglässebereich können die den nicht. Ich kann's ja auch nicht. Manchmal schau ich's mit Glück, wenn ich die Bando fahre. Aber normalerweise nicht. Und auf so einen... Der ist drin. Der passt. Nein. Ich bin so schlecht. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Welche mache ich normalerweise immer? Das ist der Vorführeffekt im Video. Oh. Der ist drin jetzt. Jo. What? Ich fahre zum Boost. Das ist ein Fehler. Oh Mann. Es ist deprimierend. Ich treffe nichts. Er trifft nichts. Da ist das Ding wieder drin. Die Situation wäre nie gewesen. Hätte ich vorher schon getroffen. Das Tor. Ah, mitzumachen. Ich habe keine Parade bekommen. Weg mit dem Scheiß. Ich mache ihn halt wieder nicht. Oh. Mich sollte man erschießen. Ohne Witz. Ich mache... Warum mache ich die Bälle nicht? Erstmal ist er eh am Ball. Ich bin wieder nicht hinten. Oh gut. Er ist da. Sehr gut. Oh Mann. Oh oh. Lol. Zum Glück war der nicht drin. Alter Schwede. Shit. Shit. Ja. Kommt der? Noch ein gegen Lümmeln? Warte. So. Ich mache mal... Er schreibt OMG. Weil er da einfach nur stand oder was? Ja. Der passt wieder nicht. Oh lololololol. Ja. 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 Der ist drin. Woo. Sehr gut. Eieieiei. Gibt es ja gar nicht hier. Ganz schön anstrengend hier. Mit den Kollegen. Ich bin auch ein bisschen... Also ich hoffe, dass es okay. Weil ich mich ein bisschen konzentrieren möchte. Ich möchte mich nicht immer verlieren. Tatsächlich. Weil... Da muss man dann ein bisschen leise werden. Und sich etwas konzentrieren auf das Game. Nein. Nein. Der ist drin. Den kann er nicht halten. Weil das kann er nicht. Das kann er nicht. Ich meine keine Vorwürfe. Aber das kann er nicht. Was soll ich sagen? Das kann er nicht. Der von den Kickers. Oh Mann. Wo war das Teufelsdreieck? Wo war es denn? So. Ja. So ein Kack-Ding. Zumindest aufs Tor. Ich habe... Ich habe... Ich habe einen Schatz gedrückt. Was probiert. Oh nein. Oh. Das Boost. Das Boost. Oh Gott. Der Gegner kommt. Ja. Er hat mal getroffen. Nein. Oh. Das war doch freie Bahn. Mein Freund. Jetzt geht doch nicht... Ja. Der kommt gut. Der kommt nicht gut. Bist du da? Ja. Der ist drin, oder? Ei, 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 ei. Ich muss jeden Ball jetzt hinterher gehen. Sonst gebe ich jetzt hier gar nichts. So 50 Sekunden müssen wir einen Butzen machen. Wir müssen einen Butzen machen. Das kann nicht sein. Mal. Warum trifft er den so blöd? Ich gehe wieder Ball zum Ball. Nein. Der ist nicht drin zum Glück. Er macht ihn. Oh. Ich treffe ihn auch nicht. Ja, Leute. Müssen wir noch eins machen? Müssen wir definitiv noch eins machen? Weil wir müssen mindestens eins gewinnen. Ey, es ist unfassbar. Jedes Mal, wenn ich aufnehme, verliere. Jedes Mal. Leute, ihr seht ja selber. Ich bin ja Krieger mehr Rangliste. Ich hatte ja vorher irgendwas mit 400. Irgendwas bin ich jetzt wieder auf 500. Aber jedes Mal, wenn ich aufnehme, verliere. Es ist ein Fluch. Der Fluch, der es aufnimmt. Oh, geflogen von ihm. Gut. Ja, es ist vorbei. Egal. Sag es mal so. Zumindest habe ich ein Tor geschossen. Ich glaube sogar zwei. Oder? Drei? Ich habe nicht geschossen. Wir haben überhaupt so gespielt. Wir haben vier, zwei. Okay, ich habe zwei geschossen. Ja, Witze machen. Ich versuche mal jetzt defensiv zu spielen. Ich bleibe jetzt mal in der Runde hinten drin. Ich spiele halt immer so. Normalerweise vorne. Aber normal mache ich die Dinge halt. In der Aufnahme kann ich es halt nicht. Das liegt am Leck. Es leckt in der Aufnahme. Es kann nicht anders sein. Drittes Game. Und jetzt müssen wir gewinnen. Wenn nicht, muss ich mir irgendeine Strafe aussuchen. Ich muss mir, weiß ich nicht, selber Bugpfeifen geben oder sowas. Ich muss gewinnen. Ihr müsst jetzt hier gewinnen, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich falle in jedem Video. Ich darf keine Videos mehr aufnehmen. Falle ich immer um so viele Punkte. Jetzt ist mein Glas hier weg, schnell steht in dem Weg. Tschüss. Weg da, Bait. So, jetzt aber. I came to win, ja. In your face. Oh, 1-0. Oh, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Ich habe meinen Boost aufgebraucht. Ich dachte, der wäre drin gewesen. Oh, der kommt auch gut. Oh, er trifft ihn. Fuck. Er klaut den Boost an der Seite. Wollen wir mal zurückfahren, Boost holen. Er hat auch den Boost an der Seite. Ich habe keinen Boost. Ich habe keinen Boost. Was soll ich machen? Ist leer. Jetzt habe ich einen. Oh, lol. Das Tor ist leer und ich schieße so scheiße. Das war gut von dem. Wie kann ich denn ein leeres Tor nicht treffen? Oh, ich schieße. Ich kann es schon mal. Boost ist weg. Fuck mal live. Er schließt da gar nicht. Achso. Ich wollte noch reinpassen zu ihm. Ich wollte defensiv spielen. Ach, scheiße. Doch, er spielt defensiv. Von daher. Gute Vorlage. Tor. Doch nicht. Wieder gute Vorlage von mir. Tor. Doch nicht. Ich bin aber gerade nicht gut. Muss ich eigentlich zugeben. Ei, 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 ei. Okay. Abgeblockt. Sehr schön. Der Zeiger kann halt nicht reingehen, wenn er im Torwart steht. Er geht vorbei. Jetzt mal nach vorne hier mit. Mit Dampf nach vorne. Ich habe da den nicht mal mehr gesehen. Ich bin blind, Alter. Wie kann ich so eigentlich machen? Das ist doch traurig, oder? Leute, ich spiele gerade so scheiße. Unfassbar. Ich kann auch nicht so gewinnen. Lol. Lol, 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 lol. Wieso? Los. Schieß die Scheiße rein. Ich treffe gerade nichts. Die muss ich machen. Kommt der? Oh. Shit. Ja, der ist drin. War wieder gehalten. Jetzt. Ja, ein Tor. Fuck, ich komme nicht hin. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das darfst du nicht. Das erlaube ich euch nicht. Oh Gott, der geht nicht rein so. Ich hatte Angst zu versagen. Ich hatte Angst zu versagen. Oh Gott. Das hat wieder viel zu lange gedauert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Keine gute Leistung in diesem Spiel von mir. Weißt du, wenn ich Scheiß spielen gewinne, war es doch immer so. Davor habe ich eigentlich einigermaßen... Okay. Was? Passiv? Jetzt die verarschen. Die ganze Zeit überbruschen vorne. Kleiner Pedo. Ein Boost. Kann man zu spät, muss man treffen. Okay. Kippen mal weg. Weil ich es kann. Aua. Ha. Oh, noch ein Schuss. Fuck, der kommt über die Seite. Sehr gut. Der fährt auch drauf. Ich warte meine Mitte, ob er reinflankt. Er kommt nicht. Oh. Die Blockung ist gegenseitig. Nicht gut. Ei, 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 ei. Knapp, knapp. Knapp. Oh, shit. Ach, Mist, er war eh ein Ball. Ich hätte vielleicht rüber drücken können. Vielleicht aber nur. Vielleicht, ich weiß nicht. Der Winkel war sehr spitz und sehr blöd. Wir führen aber 1-0. Okay, der geht nicht aufs Tor. Nein, er passt nicht. Brauch Boost. Pack mal live, ich muss zurück. Mein Boost. Ja, hey, wir gewinnen. Wir gewinnen. Ich spiele scheiße und wir gewinnen. Hey, Leute. Wir geben mit einem Sieg raus. Das war's. Von Rocket League. Wird's euch gefallen lassen. Like, darf ich mich freuen. Seid ein Haufen Super-Naser-Boys. Und ich bin sogar siegvollst bester Spieler ever. Geiles Bild von einem Kollegen hier. Weil über I'm can win. Von dem Hockey-Mask. Bis zum nächsten Mal reingehauen.